Und das ist Asylum, krass. Hat doch wieder keiner mit gerechnet, oder? Wieso kriege ich den Sound so strange? So, jetzt will ich mal sehen, wie ist der vorhin hier so schnell durchgekommen? Hä, da musst du wirklich runterklettern, das ist... Ich habe keine Fehler gemacht, Leute, nein. Das war ein Bug. Oh, guck mal, wie ich sie stalke. Interessiert sie gar nicht. Oh ja, kommt, Leute, ihr seid zu zweit, das gucke ich mir ja noch lieber an. Zwei Survivor nebeneinander. Ist doch direkt viel geiler, Leute. War da noch der Typ? Und wir sind Stufe 3. Jetzt gibt es aufs Maul. Jakey Boy. Ehrlich, der geht in die Ecke. Damit habe ich nicht gerechnet. So, komm her. Day, die Vet Mafia. Ach, deswegen wollte der in Team Speak. Jetzt verstehe ich das. Nein. Ich schließe halt mal direkt. Oh, habe ich auch erst überlegt, aber ich kann nicht schnell genug tippen. Sonst hätte sie eiskalt gecheatet, Leute. Aber sie kann nicht schnell genug tippen. Haben wir aber Glück, was? Sie helfen dem anderen einfach nicht. Obwohl ich mega weit weggegangen bin und sogar schon die mit anderen niedergeknüppelt habe. Die versuchen, sich sogar zu befreien. Was ist falsch bei denen? Habt ihr noch nie gegen Michael gespielt, ey? Mhm. Ach, die war... Shit, ich bin auch ein Noob. Okay, es war eh verletzt, aber ich gehe mich noch ein bisschen an ihm auf. So. Und dann steche ich ihn nieder. So wird es ein echter Killer machen. Genau so. Heute war die Mafia müde. Du redest ja so, als wäre die Mafia nur eine Person. Aber sie ist organisiert. Boster steckt da bestimmt auch irgendwie mit drin, ey. Erstmal den Programmcode durchgucken. Gut, der erste ist tot. Leider nicht mein Opfer. Hey, hier ist doch wohl ein Jenny auf 99. Und da wurde ein Jenny verkackt. Und wir sind kurz vorm Ausrasten. Wenn ich noch einmal irgendjemanden bespannern kann, geht mir... Da war... Ja, wo war einer? Shit. Oh, hallo, Meg. Ich hab mich mal ein bisschen an dir aufgegeiert. Ich hoffe, das ist okay für dich. Einer. Und ich habe gesehen, dass da noch ein zweiter rennt. Nia. Ich bin gerade in Mords Stimmung. Naja, okay. Dann nicht. Nia ist eher irgendwie nicht so in Stimmung gewesen. Ach, da krabbelt sie. Wo? Hier, hier, hier. Hier. Hallo? 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 Da. Der ist disconnected, okay? Kann man mal machen. Wenn man... Nubis. Ah, Fähigkeit ist weg. Schade. Ach, echt? Da hinten. Nia. Hey. Nia. Mann! Ich muss meine Fähigkeit aufladen. Kannst du bitte stehen bleiben? Danke. Ich glaube, das macht es halt auch mega creepy für die Überlebenden, wenn der halt einfach immer so rumsteht, weißt du? Oh, yeah. Und Stufe 3 ist real. So, ich schaue mal eben, ob Nia hier noch irgendwo rumgeiert. Renn, kleine Nia, renn. Kriegst das Messer in den Rücken. Shit. Ach, da hinten ist sie hin. Gut, dann kommen wir da auch wieder hin. Muss aber hinten rumgehen, weil die Paletten da liegen. Oh, ich habe sie gesehen. Stufe 3 ist noch real. Nee, ist jetzt nicht mehr real. Kacke. Aber sie haut ab. Okay, dann können wir die andere da einfach so hängen lassen. Okay, ich bin bei Stalker, bin ich schon Max. Ich bin der beste Stalker hier auf diesem Server. Hallo Nia. Mensch. Da ist sie. Kriegen wir auch noch, Leute. Die Hedge könnte sie natürlich finden, theoretisch. Weiß aber nicht, ob sie so viel Lack hat wie wir. Ist ja verloren. Scheiße. Ach, come on, ey. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Okay, wurde gerettet. Weil wir so nett sind. Und nicht gecampt haben. Da rennt sie. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Nia, würde ich sagen. Strafe muss sein. Okay, es sei denn natürlich, Mac rennt mir voll in die Arme. Was war bei der denn los? Warum, Leute? Warum? Nice, okay. Ich lass sie mal liegen. Sonst wäre sie tot, glaube ich. Ja, ich hab mich nur an dir aufgegelten, Nia. Ich hab dich gesehen. Keine Sorge. Will dir nur das Messer? Yes, Leute. Wir haben alle erwischt. Puh, läuft. Ab an den Haken. Ja, damit haben wir dann alle Leute erwischt. Es sei denn, der eine findet jetzt die Luke irgendwie auf seltsame Weise, weil ich hab keinen Deerstalk oder so. Wow. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Sie wiggelt sich ab, ey. Das darf nicht angehen. So, den anderen, der ist mir doch so entgegengerannt. Wo war das? Da vorne, glaube ich. Mal schauen, ob sie da noch irgendwo am chillen ist. Wahrscheinlich nicht. Mac? Ich hör sie nicht. Oder? Hör ich sie? Oh, die sind okay. Ich finde sie nicht. Ha! Ich finde sie doch. Grans lackt sich durch. Das war echt nur Lack. Ich bin einfach nur rumgerannt. Ja, wieder Full Team Wipe. Einer ist geraged, quittet, als wir ihn aufgegangen haben. Keine Ahnung, was da los war. Ah, herrlich. Und es gibt extra Punkte, weil wir das Opfer geköpft haben. Gibt es sie immer oder nur, wenn man den als erstes macht? Ich weiß es nicht. Niemand ist und kommt, könnte wieder ein Zwei-Pip-Spiel sein, oder? Nee, gar nicht. Richtig schlecht wäre es. Hm, Naps hat sich jetzt erstmal Halloween gegönnt. Ist eigentlich ein cooler Film, aber er ist halt auch schon echt oldschool, ne? So, ich mache noch eine Killer als Michael. Hä? Was habe ich gerade gesagt? Oh Gott. So.